Und soeben hat uns die folgende Eilmeldung erreicht. Ein jugendlicher Schüler soll in einer Schule im badischen Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der Verletzte sei von Rettungskräften versorgt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Sobald wir weitere nähere Informationen haben, halten wir sie natürlich hier auf dem Laufenden. Man muss natürlich auch gleich denken an den Vorfall gestern in Hamburg, Blankenese und auch in einem anderen Stadtteil. Wo aber Gott sei Dank ja nur Attrappen am Werk waren. Das ist jetzt offensichtlich hier ein anderer Fall. Und der Verdächtige aber offenbar schon in Polizei gewahrsam. Zumindest war das die Mitteilung von vorhin. Wir bleiben an der Sache natürlich aber für Sie dran. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann noch hier im bottle ONE. Ich schaier also drauf an. Ich schaier jetzt noch einen Chef in der Hand, wie es ja und ich schaier Finished. Ich schaier jetzt noch einen Baum Saubermann gibt, Wir müssen noch immer nicht mit dem Gumption Machine.